ARD Text im Auftrag von Funk Ich hoffe mal, dass jetzt... Harry macht schon wieder nix, ne? Harry! Harry, dick dich! Ich hasse Harry! Ich hasse Harry! Ich hasse Harry, Harry, Harry! Harry, Harry, ich hasse dich! Du bist ein hässlicher Knecht, ich hasse dich! Harry heißt... heißen Männer, die behaart sind! Harry, 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 Harry! Steine Eltern sind gestorben! Harry, 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 Harry! Harry, 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 Harry! Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter! Harry, 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 Harry! Harry, 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 Harry! Harry, 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 Harry! Kalin Calbin Kacali Kakaie 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 Kakaach Ich hab el schmerzen kacka ja ich mag auch gerne mal kacka Kakao macht ich auch heba mag mets auch Zack Harry macht einfach nichts Harry Harry ist ein kleiner Spaß, Harry ist ein kleiner Spaß, Harry ist ein kleiner Spaß, ich mag den Jungen nicht. Harry ist ein kleiner Spaß, Harry ist ein kleiner Spaß, Harry ist ein kleiner Spaß, ich mag den Jungen nicht. Tag, er weist mich in den Popo, Popopo, ich schieß wohl, Walla, Alda, es drückt es, drückt mal es, du Klon. Wir müssen das machen hier, drückt doch es, geht ja da nicht. Lolo, es geht auch nicht, L3 hier total gut drauf. Wir haben sowieso verkackt, wir haben sowieso verkackt, denn die Zeit ist viel zu lang. Wie viele müssen wir denn ziehen? Ich glaube, ich habe einen stehen, weil die Hermine so sexy ist, sie hat die schönsten Füße. Emma Watson, Emma Watson. Alter, ich glaube, wir müssen das nochmal neu machen, das hat ja keinen Sinn. Lass jetzt mal herausfinden, was wir machen müssen. Ich heb den jetzt mal an. Weißt du das nicht? Jetzt baller den mal ab. So ist richtig, so ist guck mal auf. So, jetzt, zack, jetzt haben wir sieben. Aber jetzt geht keiner hoch. Ne, haben wir nicht. Und schwupp, jetzt haben wir nicht sieben. So, dann drehe ich den mal um, also erst beträumt, bis er umgedreht ist. So, jetzt hebe ich ihn hoch und jetzt baller ihn mal ab. Ah, Karl-Links. So, dann machen wir nochmal. Hoppa! Kommpa! Woppa! Wir sind kompetent. Sind wir leider nicht. Sind weder kompetent, noch fähig, noch toll, noch kühl, noch scheiße. Alter. Fuckpapapapap. Ja. Wenn euch übrigens schlecht ist, dann geht am besten jetzt kurz raus. Dann liegt das an uns wahrscheinlich. Oder an dem Essen, was ihr vorhin hattet. Das sah nämlich auch nicht gut aus. Das sah nämlich auch so warm, wie die... Das sah einfach nicht gut aus, weißt du. Ich hab das schon gesehen und dachte mir, nee, Leute. Nee, geht gar nicht. Weißt du wieder allein, allein. ich verstehe nämlich nicht was du da machen muss ja du schießt bis auf dem rücken liegen gut 76 54 32 kom ist ein spiel und kennst du mal gespielt sagt 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 los harry hat es nicht verstanden er hat einfach nicht verstanden hatte ich habe ein ich schieße ein aber gut ein haben wir haben ein herr wieder macht hat einfach nicht lang genug hält aber nicht habe jetzt hier ich habe einfach unfähig noch hier so der handy wird auch getötet gerade auch ich auch sagt er hatte ab wie vor das gehört ab wie vor lang ist sogar ich habe einen ok bei der nach gut läuft 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 so nicht er muss umgedreht sein er ist hasse harry harry doch jetzt bei die scheiße haben wir nehmen den er wieder gut einfach nur gut wirklich der junge ich habe ich habe jetzt das ist doch einfach so der durch geht es ist so tot ich habe ich habe ich habe einen nusch ich bin ich bin koggen 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 ich bin koggen 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 ich bin koggen 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 hier hier ja hier ja ein was ich mache beide ja acht stück zwei noch kommt in 10.000 ich habe mich haben ja wie herr wie herr wie kommen halt oben halt oben macht doch ja neun einer noch einer noch den habe ich habe ich habe ich habe ihn weg mach nein der war schon wieder umgedreht wenn du dir noch einmal anhebten nicht auf dem rücken richtig aus der harry kloppt den harry ich hasse harry ich hasse nicht harry gott sei dank 150 bohnen gewonnen aber kein schild scheiße hier entschuldigung ich könnte mich voll kacken gerade vor freude nein wieso denn noch mal was ich hasse dich ich hasse dich kannst mich mal an meinen klöte lecker denn das ist auch glaube ich echt so ein schwein in deiner dose das könnte sein liegt an döner muss man nachher nach wie kurs auf den döner das interessiert keinen macht weiter einfach weg ich habe ja schon wenn man jetzt einfach nochmal diese scheiß gewitter level gebieter weil gebieter wieder im ersten hockwart gelände gut noch zwei schilder ich denke mal wir müssen die zehn schilder noch sammeln und dann liegt noch eins in den komischen labyrinth was da unten war ja wir gehen erst mal ins labyrinth allein dass man ein level mehrmals weiter ich möchte es nicht weiter zurück war es aller kommen du doch mal selber hierher du kannst deine schilder selber sammeln ist echt so ich komm komm einfach kommt her ich zeige dir mal wieder auf das abi musst du schilder sein alter draußen auf dem schule ist meine ich meine es ähnlich wie du rennt hier mir nicht was das denn die kacke jetzt da er hat er hier ist toll kessel wir müssen den kessel benutzen hier zack ja dringung sprengung einfach so zack hier mehr kessel bums du kassierst immer lehlen ist mir doch egal haupt sache herry stirbt gleich hier ist irgendwas stirbt harry am ende vom dritten und vierten teil explosiv hoffentlich was das für ein kack und der macht warte doch doch kessel auf dem brunnen pass auf jetzt was ich habe ich die ideen sehen auch mini schildes war mini schild du dummer scheiße oder jetzt oder hab ich gerade hier wettet mach kaputt auch weg sagt aqua kuckuck das ist ja nicht so wie viele schilder hatten wir denn jetzt aber da rennen einem die schokofräsche doch nicht das tut mir leid nehmen wir das verletzt oder ich gehe mal den einen und du den mit meiner eine doppel dick stimmig doppel aber hier ist auch noch was ich glaube dass ich das auffangen kann da oben ist ein mini schild scheiße hilfe oh ja 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 hör mal hör mal mach kaputt haut drauf ne a oder x oder was auch immer du drücken muss keine ahnung alter wie lange dauert das denn ist einfach eine gute zeit it's a good time so fünf schilde brauchen wir noch fünf super erste sahne so dahinten du sollst den kackkessel anheben so hier macht er natürlich erst im bild oh sehr gut bau 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 und sein bau 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 Ich weiß es nicht. Der Anti-Butty-Cutty um die Flögel. Geh kaputt, Junge. Kaputt. Ich halte schon mal rum. Scheiß Hase. Weck damit, Explosion of the World. Acht Millionen Schilder aktiviert. Du bleibst nass, Junge. Du bleibst feucht. Komm ins Feuchte. Ich hasse dich. Harry, löscht die Kacke jetzt allein mal. Sei mal selbstständig geworden. So, zack. Gut, gut, die Kamera ist auch wieder hervorragend. Ja, 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 so gefällt mir das. Ja, so ist gut. Das ist ein wirklich sehr deliziöser und schöner Beide, nicht wahr? Genau, genau. So ist gut, so ist gut. Alter, das ist das Thumbnail für heute, würde ich sagen, oder? Thumbnail-technisch, geh immer wieder ganz vorne mit dabei. Ich liebe dich. Warum schießt die Amini daneben? Lappi Force. Lappi Force. Lappi, Lappen Force, ey. Lappen Force. Wie forcieren? Lappen. Lappen. Wie war? Lappen. So, warte mal, eben, geh mal zurück. Wohin? Hier war nämlich ein Schild oben irgendwo. Ein großes. Oh, hier. Uuuuuh. Alter. Hier war dann. Ja, er steht dahinten. Na los. Na los. Was willst du machen? Da war doch irgendwo ein Schild vor ein großes. Oder wo haben wir das gesehen? Das haben wir doch schon eingesammelt. Ach, nee, nee. Das war, das kommt noch. Woher hat Harry eigentlich 300 Bohnen? Der hat auch der das, der hat seinen Scheiß-Kellern mit Gold und Kacke, ey. Der Junge, der ist einfach. Von der Familie einfach gesponsert. Und der Affe nicht selbst erworben. Nichts selbst erarbeitet. Nichts. Nichts kann er. Der wird einfach nur verwöhnt. Jetzt kriegt er einen Kessel richtig in den Nacken. Du bist in deiner Eltern gestorben und denkst, der jetzt ist der Boss. Scheiße. Ja, so sieht's aus. Komm jetzt, neuer Kessel. Wachse. Ich bin von Voldemort angeritzt. Toll. Andere Leute sind dafür gestorben. Ja, ist echt so. Weißt du? Die haben sich extra umbringen lassen dafür. Oh, super Bohnen. Das hat sich gelohnt. Ja, gerne. Ah, scheiß. Brache. So. Scheiß. Ich liebe dieses Spiel. Findest du das nicht auch total super? Was ist das hier? Ein Arsch. Ein Greif. Da. So, hier müssen wir jetzt die Kacke machen wir jetzt kaputt hier. Ja, hier. Nee, da brauchst du so einen scheiß Kessel wieder. Schawams. Ruhig. Ruhig. Bumm. Ah, Baloo. Bomm, Bomm, Bomm. Das ist auch super, wie du damit einfach laufen kannst, ne? Zack, daneben. Ist auch die Explosion, die greift noch nicht über. Die bleibt am Zaun und der Zaun ist standhaft. Gummibär. Hüpfen hier und dort und überall. Ruhig. Lass doch mal, mach das doch mal leichter mal. Hey. Ich mach das. Hey, 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 hey. Ich mach, hier. Pass mal auf, wie der Profi das jetzt macht. Hier. Mach Harry tot. Töte Harry. Töte Harry einfach. Fast. War fast. Lol. Zweiter Versuch. So, jetzt will ich es aber wirklich auch machen. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich will es machen. Er will es. Der Wille ist auch so gut einzuschränken. Nein, es ist ein Wille geschehen. Sehr gut. Ja, lass ihn einfach los. Oh, ja, natürlich. Tom. Es lief. Es läuft. Läuft. Läuft, weil. Alter, so, ey, das sind so schöne Tiere. Kann man nicht durch den Zaun schießen? Nein. Nö, wahrscheinlich nicht. Nö. Tschüss. So, Hase, Hase, Hase. Ich liebe dich, Hase. Hase, ey. Ich liebe dich, Hase. Jetzt letzter Versuch, bevor ich die installiere. Ich versuch's jetzt wirklich zu schaffen, ne? Hat das Spiel Glück gehabt. Vorsicht. Oh, 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 fuck. Genau ins Fenster. Weißt du, warum schreibt da Harry nicht? Meine Güte. Um den zu fangen, ne? Ja. Harry, Harry steht da wieder nur. Oh, oh, oh. Warte, nicht, nicht, nicht. Nicht, nicht aufheben. Wir haben noch ein Schild. Ja, aber da war doch noch so eine Statue. Es ist auch gut, dass das Level immer beendet wird, wenn man dann ein Schild gefühlt hat. Ja, ja, deswegen sagt ich... Weil, da muss man... Hey, 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 hey. Ich würde sagen, nochmal, oder? Ja, eben. Es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Es ist schön. Ich liebe es. Und ich hasse Harry. Keiner will Harry. Nee, Harry ist echt der... Ich hasse Harry. Tschüss. Wiedersehen. So. Los geht's. Wahrscheinlich müssen wir jetzt die werden nochmal wegschlechen. Na klar. Müssen wir die ganze Labyrinth nochmal machen. Oh, je, je. Wie geil. Oh, je, je. Wie geil. Oh, je, je, je. Oh, je, je, je. Babu, babu. Babu. Es geht ziemlich weit. Wir gehen jetzt mal rechts lang. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen. Da geht's nämlich auch nochmal lang. Ach, hier hoch. Guck da oben. Ist doch ein Greif. Die müssen wir weg. Ah, das ist ein Greif. Ja, die müssen wir doch alle kack sammeln. Kack sammeln. Warte, da geht's doch noch weiter. Ja, aber ich will hier erstmal. Ach, da, den greifen wir jetzt noch. Ja, wisst ihr. Wie viel haben wir denn jetzt? Vier. So, ich will mal wissen, was wir brauchen, was wir haben. Willst du einfach wissen, ne? Drachen brauchen wir nur noch einen. Anti-Baby-Kuranten. Entschwindekarte gibt's auch. Die hab ich am liebsten. Die mag ich am liebsten. Die mag ich. Übrigens, die mag ich am liebsten. Hab ich bei mir auch verwendet. Nur anders. Ich hab immer, die mag ich am liebsten. Und in so einer ekligen Quietschstimme. Die mag ich am liebsten. Ich hab immer. Ipsch, Pause. Gebe ich am liebsten. Ja. Aktion. Ach, Aktion. Ich find's einfach super. Oh. Woppa. Wo. Geile Aktion, Bruder. Ich schwöre, ne. Extrem Kesselschießen. Alter, Alter, Alter. Zack. Wir sind einfach die beste Kombi, ne? Eine Kombi nach dem anderen. Zack, zack, links, rechts, Kombi. Da oben ist noch ein Schild. Ja, genau das meinte ich doch vorhin. Da wollte ich ja zurückgehen, aber wie kommt man denn da? Ich weiß. Wir brauchen von oben den Klotz. Den Klotz. Genau. Komm. Wo war der denn nochmal? Hier oben. Da. Genau. Ach, da oben. Guck mal. Ja, genau. Ich glaub, hier, ich glaub, der hier muss kaputt. Oder? Oder was haben wir denn hier noch? Alter, was? Achtung. Ja. So. Wacht dann noch. Wohl. Vielleicht alle vier Ecken muss lieber drin stecken? Ja, das kann sein. Dann mach ich mal hier nochmal. Ja, stimmt. Hier ist auch ne Ecke schon weg. Sprengung. Sprengung. Juhu. 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 Was sind das für kleine Öffnungen hier unten? Die will einfach niemand haben, die Öffnungen. Die Öffnungen sind einfach abgehoben. Nun macht's schon. Wir macht's schon. Okay, wir müssen da irgendwie... Komm mal mit. Oder können wir da von unten. Ja, genau. Deswegen. Guck mal hier, wir können auch durch Gitterbestuhl zaubern. Ja, das ist eigentlich normal. Weißt du, wir nicht können... Ja, genau. Termine. Alter, nee. Nee. Einfach nie. Ach, hier oben draufstellen. Hier oben können wir da hinten. Komm mal mit. Und dann von der anderen Seite. Ja, klar. Ja, lol. Ey, du bist die Kombinationmöglichkeit, du. Ey, Adventure Games for free. Du hast es einfach, weißt du? Du bist gut. Du bist nicht umsonst gut. Nee. Kostet Geld alles. So. Jawoll. Hoch damit. Hoch, du musst das hochheben, nicht zurückgehen. Achso, nee, Quatsch. Dann Harry, ne? Ja, dann Harry. So, jetzt hier runter. Und, äh... Der netz schnallt hat auch nicht, ne? Nee, der Harry ist einfach un' lahmarsch. Der hat das nicht verstanden, der Junge. Ja, ich weiß nicht, wie der in die vierte Klasse kommt. Hermine, gut. Hermine, super. Hermine, gut. Ja, Ron. Ja, Ron. Ja, Ron. Harry, Harry, komm, Harry. Harry, Harry, Harry. Zack. Steuert erstmal da ab. Irgendwas. Boah, der Kessel ist jetzt auf halb A. Oh, ich lauf gegen die Wand. Ich bin die ganze Zeit, ich bin der Typ, aber... Ja, weißt du, ich bin's nicht so gewöhnt zu Frauen. Warum hört denn Harry auf? Weil Harry einfach nichts kann. Der Junge kann einfach, Junge. Ey, der hält uns immer... Der macht halt, der macht halt wieder Absicht, oder? Wo geht der hin? Boah, der liebt dich. Verhau den einfach. Ich hau den. Der kommt zu dir hin. Ich will lieber bei Ron stehen. Ron ist viel cooler als Hermine. Ich hasse, ich hasse den, ey. Ich hasse den, ey. Wir musch geflucht werden bei so'n Bengel, Alter. Warte, ich hau den Bengel so'n Kessel übern Kopf, Alter. Ja, pass auf, jetzt geht's los. Ah, scheiß, das ist zu spät. So, jetzt können wir endlich in den verbotenen, voll tollen Wald. Jippie! Jippie! Ich liebe es einfach. Ich liebe es. Baba, baba, ich hasse dich. Der verbotene Wald. Da wollte ich schon immer mal hin. Kotwald. Kotwold. Da ist, da, da kackt ein Hund immer hin. Verkoteter Wald rein. Verkoteter Wald. Los geht's. Rehn. Rehn. Und Hofe. Oh, schön. Oh, ich glaub. Gerne würde ich mal wieder den Ron nicht spielen. Ich glaub, ich spiel heute mal Harry. Ha, 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 nicht. Ich spiel Hermine natürlich. Das glaubt mir doch kein Mensch. Gleich haben wir inzwischen so'n Grüss. Sch! Sch! Ron und Hermine in den verbotenen Wald. Er wollte Ihnen etwas Wichtiges zeigen. Einen ungarischen Hornschwanz. Der ganze Wald brennt, das könnt ihr auch nicht machen. Alter, der Hodenschmatz. Der Hodenschwanz, Alter. Hodenschmatz, mein ich. Da muss man aufpassen. Fleer aus dem verbotenen. Ey, wie Fleer. Ja, super. Hagrid, führt uns hin. Toll, wie der in die Scheiße, ey. Hier, hier. Hier hast ein Minischild. Ach, du bist das. Achso, ich dachte, ich wär das. Hier. Ich dachte, wieso läuft der Spack denn links vorbei? Ey, dem nicht spiel ich mal. Hermine, du hast den Fallschen. Boah, ich hab's einfach nicht raus. Warum geht der Junge denn nach hinten? Der Junge versteht's nicht. Jetzt hat Harry wieder nicht. Tschüss, Harry. Der guckt sich den Baum an. Harry, wir hassen dich. Da, da, dumm. Harry, wir hassen dich. Wir hassen dich, Susi. Ja, 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 ja. Cool, das war auch sehr versteckt. Ja, sehr gut. Hat sich der Aufwand. Also, Geheimnisse sind wieder optimal genutzt. Oh, ein ejakulierendes Schleim. SR, kakakiert. Tschüss. geschwülste platzen tschüss, toller Zauber Toller Bursch Da ist und da, genau Ah Ja, tschüss, Harry, tschüss Jetzt helft ihm noch nicht noch Der Junge, der muss er lernen Ja, tolle Scheiße Alter, was ist das denn hier? Ah, so ein Kackfrosch Guck mal, da kann man jetzt zielen Ah, hast du das gesehen? Warte mal, bis es nachwächst Geh da weg, Junge So jetzt, pass auf, ich zeig dir Auf die Pilze Oh, da hast du ganz schön Oh, Ziele Man kann halt auch loslassen Ist gut, reicht Ich schaff den Baum Ach ne, auf die Pilze? Ja, was für ein Baum denn? Der Baum da hinten Was willst du denn an dem Baum? War der gekackt? Spirm in my face Ey, die Knechte, immer nur an die Weiber Schild weg Ja, ich hab das doch genommen Hast du's genommen? Ja, und das ist gar nichts mehr mit, Junge Ey, ja, und die Pilze da? Ich auch nicht, die leuchten und leuchten vor sich hin Du machst ja Mine nicht an, du trockenen Mist Ja, ich wollt grad sagen, du schützt mich, Ron Weißt du? Was bring's denn, wenn wir Pilze zerstören, Mann? Das ist ein Wald Da werden wir noch bis übermorgen Die Schnauze Pienzchen Pilze Schleuder 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 Guck mal was, ob hier noch irgendwas ist? Ah, hier ein Schild Achso, macht man das Ach, ja klar So Ne, lass mal jetzt probieren alle Pilze da wegzumachen So alle Pilze Ja gut Das ist gut Das ist sinn Ja, das ist, das ist einfach, ne Einfach, einfach auch mal die Sperma als Säckchen zerstören so verworfen jetzt sagt drüber super rüber ist kein sich der triff hat geklappt hat einfach alles super die kannst du in der luft noch zurück zu merken kommt tritt mich trifft oder herr auf harry also ich will die kacke da jetzt weg noch wieso willst dann alle vielleicht kriegt man dann eigentlich schon wieder ich hasse harry ich hasse scheiße der junge hey ich sehe das zielkreuz gar nicht kacke ja ich habe ich einfach hier ist es einfach ich komme jetzt auch nicht weiter ich komme in dein gesicht wir sehen uns in der nächsten folge will ich hab die schnauze voll ade und immer schön daran denken aber nicht abonieren 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 favorasieren und gefällt mir drucken schreibt eure meinung über pilze die man im wald alle nicht bitte und neuer trendhashtag auf twitter bitte hashtag ich hasse harry auf wiedersehen ja genau hashtag super ficke ja hashtag ich hasse harry ab heute in den twitter-charts ja jetzt merkt ihr langsam schon ne merkt ja ich nicht also ihr habt immer noch keine ahnung wir sind hier noch am anfang es läuft noch alles gut wir merken jetzt langsam die scheiße des spieles ist halt wirklich scheiße aber wir spielen noch mit denkt an meine worte noch spielen wir mit haha ja das war die vierte folge ich hasse harry ich glaube das ist jetzt noch die folge gewesen wo hashtag ich hasse harry entstanden ist oder wenn ihr aufgepasst habt neu in den twitter-charts ab heute scharts ja unter uns etliche social media links zu marcells und meinen seiten über mir findet ihr die playlist wenn ihr auf mich drauf klickt kommt ihr falls das video schon draußen ist zur nächsten folge und ansonsten würde ich sagen haut rein haltet durch wenn ich das nächste mal hier setze dann dann ist schon dann ist schon ja bis dann